Tauchen Sie ein in eine zauberhafte Geschichte aus längst vergangenen Zeiten. Begeben Sie sich auf eine magische Reise durch das faszinierende Leben des berühmtesten niederländischen Malers. Die Bewohner des geheimnisvollen Ateliers erwarten Sie. Oh, Rembrandt. Täglich geöffnet in der Nähe des Rijksmuseums am Leitzeplaine Amsterdam. Untertitelung des ZDF für funk, 2017